Gehrte Geschwister, Subhanallah, wir stehen vor einem gewaltigen Tag, einem Tag, bei dem Allah Ta'ala einen Schwur abgelegt hat. Und wenn Allah Ta'ala auf etwas schwört, liebe Geschwister, so um Aufmerksamkeit bei uns zu erregen und normalerweise sollte jede Ayah, jedes Wort Allahs im Koran, jede Silbe, jeder Buchstabe bereits unsere Aufmerksamkeit erregen, unsere vollste Aufmerksamkeit bekommen. Wenn Allah Ta'ala dies jedoch noch betont mit einem Schwur, dann sollten wir alle aufpassen, weil Allah Ta'ala gibt dem, worauf er schwört, eine besondere Bedeutung. Das heißt, alle Ablenkungen, die jetzt auftauchen könnten, vielleicht ist das Handy nicht lautlos oder vielleicht vibriert es bei bestimmten Nachrichten, vielleicht kommt jemand rein, den man länger nicht gesehen hat, man sitzt neben einer Person, an die man irgendwie besonders noch denkt, man will ihr unbedingt etwas sagen und man versucht zu bewahren, was man ihr nach der Chutba sagen möchte, werft das alles weg. Denn Allah Ta'ala schwört, liebe Geschwister, bei einem besonderen Tag, der uns bevorsteht, bei zwei Tagen sogar, wenn Allah Ta'ala in Surat al-Buruj, der 85. der Abfolge nach, seinen Schwur ablegt. Wie gesagt, ihr könnt nachlesen im Koran in der 85. Sura, der Abfolge nach, al-Buruj. Und der Prophet, er sagte dazu in einem Hadith, den Imam At-Tirmidhi verzeichnete, zunächst die ungefähre Bedeutung, bei dem Himmel von Sternbildern, Allah Ta'ala schwört, beim Himmel und bei den Sternbildern und bei dem angedrohten Tag. Und der Prophet sagte dazu, sallallahu alaihi wa sallam, dies ist der Tag der Auferstehung und den werden wir alle erleben, geehrte Geschwister. Und der Prophet schwor weiter, wa shahid. Und Allah Ta'ala schwor weiter, wa shahid. Und das ist der heutige Tag, nämlich der Freitag, wie der Prophet es uns mitteilte. Der Freitag, der bezeugt, wer alles zum Freitagsgebet kam. Und Mashhud, liebe Geschwister, ist der Tag von Arafah. Und das ist der Tag, den wir, inshaAllah, morgen alle werden erleben dürfen. Es ist eine gewaltige Gnade, diesen Tag überhaupt erleben zu dürfen, liebe Geschwister. Und wir bereiten uns auch alle darauf vor, ja, unseren Wecker, je nachdem, welcher Zeit wir folgen, 15, 20 Minuten vorher zu stellen oder mindestens 5 Minuten vorher zu stellen, sodass wir vielleicht eine halbe Banane oder am besten eine oder drei Datteln oder fünf Datteln, wenn wir nicht viel essen können, um diese Uhrzeit zu uns nehmen, weil das ist eine gesegnete Mahlzeit für denjenigen, der eben zu fasten gedenkt. Und wir werden alle morgen fasten, liebe Geschwister. Und auch sollten wir uns, ja, sollten wir den Wecker nicht richtig gestellt haben, aber Fajr richtig gebetet haben, natürlich. Ja, wir werden alle fasten, selbst wenn wir am Abend zuvor indisch gegessen haben, ja, und wir sind schon in der Nacht durstig geworden und waren aber zu schwach, um uns was vom Kühlschrank zu holen. Wir werden morgen, morgen werden wir alle fasten. Ja, und inshallah werden uns die Worte Allah ta'ala, das sind die Worte des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wa sallam, alle überzeugt haben, dass wir den morgigen Tag, liebe Geschwister, unter, also natürlich nicht, wenn wir jetzt irgendwie todkrank sind, ja, keiner von uns übertreibt, das haben wir alle gelernt, alhamdulillah. Aber selbst wenn es sehr schwer werden sollte, wir werden den Lohn für das Fasten des morgigen Tages nicht gegen einen halbwegs erleichterten Tag eintauschen wollen. Der Zeuge der Freitag, alhamdulillah, wir alle mögen zu den bezeugten zählen vom Zeugen, nämlich dem Freitag. Und wir alle mögen den angedrohten Tag erleichtert bekommen und unsere Sünden vergeben bekommen, liebe Geschwister. Und Allah ta'ala schwört noch weiter. Allah ta'ala schwört beim Morgen, beim Morgengebet und Allah ta'ala schwört bei den zehn Tagen, innerhalb derer wir uns jetzt auch befinden, nach einer Interpretation. Das sind die besten Tage, die Allah ta'ala jemals erschaffen hat. Und der Prophet sagte dazu, dass in diesen Tagen die guten Taten am beliebtesten sind. Und es gibt verschiedene Überlieferungen auch von Gelehrten und von Sahabis, die die Vervielfältigung der guten Taten auch anmerken. Alhamdulillah. Und Allah ta'ala schwört beim Geraden und das ist der übermorgige Tag, der Tag des großen Festes, liebe Geschwister, der zehnte vom Monat Zulhajjah, innerhalb dessen wir uns jetzt gerade befinden. Und der schwört beim Ungeraden. Und der Ungerade Tag ist, wie der Prophet uns mitteilte, sallallahu aleyhi wa sallam, in einem Hadith, in Imam Ahmad verzeichnete. Der Ungerade Tag ist der morgige Tag, der Tag von Arafah, der neunte vom Zulhajjah. Hier, mashallah, wieder ein Abstauber. Ja, was ist los mit euch, liebe Geschwister, in der sechsten, siebten Reihe. Wie könnt ihr so etwas möglich machen? Dass jemand, der entschuldigt, verspätet kommt, noch die Möglichkeit hat, in der fünften Reihe später beten zu können. Wir sind nicht richtig durstig. Können wir uns vorstellen, dass so etwas im Fußballstadion passiert? Dass irgendwelche Plätze in den vorderen Reihen frei sind und es geht um irgendein Spiel. Selbst wenn ein Viertligaspiel, Fünftligaspiel, warum sollen wir nicht näher ran? Wo ist unser Durst, liebe Geschwister? Ja, alhamdulallahu akbar, du sagst mir khairan, dass du den Leuten Mut machst. Allahu akbar. Ja. Wir nehmen uns das alle vor, in den ersten Reihen stets zu sein. Allahumma amin. Allah Ta'ala schwor also auf diesen Tag. Warum? Er will unsere volle Aufmerksamkeit. Er will es uns leicht machen. Er will uns neugierig machen. Warum hat Allah Ta'ala auf diesen Tag mehrfach geschworen? Ja, in der 89. Sura al-Fajr, in der 85. Sura al-Buruj. Ja, warum? Der Prophet sagte, sallallahu aleyhi wa sallam, Al-Hajju Arafat. Al-Hajju Arafat. Al-Hajju Arafat. Die Pilgerfahrt ist der Tag von Arafat. Mit beiden Arafat und Arafat kommen in den Überlieferungen vor. Und die Gelehrten haben festgehalten, wer auch nur einen Moment dieses Tages erlebt und bei Arafat ist, alles andere, was er von der Pilgerfahrt hat, verpasst, wird er aussühnen können durch Sühneleistungen. Aber wer diesen einen Moment verpasst hat, keine Pilgerfahrt. Alhamdulillah, er hat in den heiligen Städten gebetet, aber er hat keine Pilgerfahrt. Oh, wieder eine Ehre für diesen Tag. Wenn man einen Moment verbracht hat, vor dem Anbeginn des Morgens, hat man die Hajj, die Pilgerfahrt erfüllt. Und ansonsten hat man sie nicht erfüllt. Man kann sie auch nicht durch irgendetwas ausgleichen oder aussühnen, wie bei den anderen Bestandteilen der Hajj. Subhanallah. Jetzt sollten wir noch neugieriger werden, liebe Geschwister. Und wenn wir Alhamdulillah schon mal den Koran durchgelesen haben, in der ungefähren Bedeutung, die ungefähre Bedeutung, die ungefähre Erklärung, dann werden wir inshallah die Ayah wahrgenommen haben, am Anfang der Surat Al-Ma'idah, also relativ am Anfang der Surat Al-Ma'idah. Das ist die dritte Ayah, aber die Ayah sind relativ lang in dieser Surah, der fünften, der Abfolge nach. Dort hält Allah Ta'ala Besonderes für uns fest. Heute habe ich euch euren Dien vervollständigt und meine Gnade an euch vollendet und bin zufrieden damit, dass der Islam eure Lebensweise ist. Und jetzt ratet mal, an welchem Tag diese Ayah offenbart wurde, herabgesandt wurde. Das war der Tag von Arafah gewesen. Wie dies die Sahabis uns weiter übermittelten in authentischen Berichten. Wie die Gelehrten nachher verifizierten. Aussiebten. Das, was dem Propheten fälschlicherweise zugesprochen wurde, sallallahu alaihi wa sallam, und das, was er tatsächlich gesagt hat. Da gab es einen Siebungsprozess, liebe Geschwister. Ohne Gleichen in der menschlichen Geschichte. Wir sind die Ummah des Isnat. Die Überlieferungsketten haben. Deren Überlieferer in Biografien, deren Überlieferer und ihr Leben dokumentiert ist in den Werken über die Biografien. Eines, was wir auch in unserer Magdaba haben, von Imam al-Wahabi. Das Buch, was, also, ja, die meisten von uns können es nicht tragen. Die meisten von uns könnten das Gewicht der Bücher auf der Bank vielleicht nicht drücken. Das, was die Gelehrten über die Biografen, über die Überlieferer festgehalten haben. Alhamdulillah. Dieser Dien ist vervollkommnet worden von Allah und auch vollständig übermittelt worden. Alhamdulillah. Das heißt, morgen dürfen wir darüber nachdenken. Uns fehlt es an nichts. Und kein Aspekt unseres Lebens ist unberücksichtigt geblieben, liebe Geschwister. Kein Aspekt. Des Lebens ist unberücksichtigt geblieben. Aber wie viel berücksichtigen wir denn von dieser vollkommenen Religion in unserem unvollkommenen Leben? Darüber müssen wir morgen richtig nachdenken. Was habe ich aufzuholen? Subhanallah, gestern habe ich jemanden kennengelernt, der mich in der Sprache des Koran ansprach. Und der konnte nicht beten, Subhanallah. Er hat gesagt, ja, ich habe gelernt, wie man Wudu macht, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich beten soll. Subhanallah. Wie traurig. Wie traurig. Und das in der Zeit von, ja, man gibt ein Stichwort ein und dann muss man aussuchen. Okay, von wem nehme ich jetzt das Video? Von wem lese ich jetzt den Artikel? Und qualitativ gibt es da keinen Unterschied. Ja, in den Farben, in den Betonungen, welche Kleidung der Redner anhat. Aber der Stoff ist derselbe. Ja, wortwörtlich. Nur wie es vermittelt wird, in welcher Reihenfolge, mit welchen Betonungen. Und das können wir mit uns tragen. Und Subhanallah. Was ist in unserem Leben nicht vervollständigt und wir gehören der vervollständigten Religion an. Das muss uns richtig zum Nachdenken bringen, liebe Geschwister. Und morgen, Alhamdulillah, die meisten von uns müssen morgen nicht arbeiten oder zur Schule oder zum Studium gehen. Die meisten befunden sich von uns auch in den Ferien. Alhamdulillah. Wir haben also von morgens bis abends den ganzen Tag Zeit. Die Bedeutungen des Tages durchzugehen, zu verinnerlichen, Konsequenzen draus zu ziehen, unser Leben daraufhin zu ändern, in dem Tag, auf den Allah Ta'ala mehrfach geschworen hat. An dem Tag, an dem Allah Ta'ala die Religion vervollständigte und seine Gnade an uns vollendete und sich zufrieden erklärt hat damit, dass der Islam unsere Religion ist, unsere Lebensweise ist, unsere umfassende. Subhanallah. Wieder wird mir die Zeit im Nacken sitzen. Woran sollen wir morgen noch denken? Natürlich sollen wir morgen auch an die Pilgerfahrt denken oder an unsere Geschwister, die ihre Pilgerfahrt verrichten und die wichtigen Elemente, das wichtige Element, das Stehen am Tag von Arafah und wenn man nicht kann, also die Bittgebete und das Verweilen am Tage von Arafah in Arafah, der Örtlichkeit. Wir sprechen mit Gebete, dass ihre Bittgebete erfüllt sein mögen und dass ihre Pilgerfahrt auch angenommen sei bei Allah Ta'ala, dem Erhabenen und dem Majestätischen und dem Gnadenreichen. Jetzt stimmt's, gell? Brüder kommen vorne rein und müssen hinten ganz durchlaufen. So ist es richtig. Alhamdulillah. Sollen keinen Platz haben, wo sie abstauben können. Weil ihr habt euch die Mühe gemacht, ihr seid vorher gekommen, oder? Alhamdulillah. Ist gut so. So ist jetzt alles gut, Alhamdulillah hier vorne. Wir haben auch noch unten einen Raum für Menschen, die zu spät gekommen sind, für Männer. Oben haben wir noch einen Raum für die geehrten Schwestern und auch in beiden Räumen, jeweils oben und unten, wird natürlich auch die Pilger, wird natürlich auch die Predigt übertragen, Alhamdulillah. Wir haben starke Leute hier, die sich mit Kabeln und Monitoren und Lautsprechern gut auskennen. Die können aber auch Entlastung gebrauchen übrigens, die Media AG. Sprech mal die üblichen Verdächtigen an, die immer hier Klöpfe drücken und Kabel verlegen und wie kann ich das lernen, was du gemacht hast? Und sie bekommen einen besonderen Segen. Wenn man für die Moschee etwas leistet, liebe Geschwister, man bekommt einen besonderen, unersetzlichen Segen. Die Pilgerfahrt. Allah Ta'ala sagt im Koran, im Surat al-Baqarah, nein verzeiht, ich weiß nicht wo, entweder Hajj oder al-Baqarah. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu. Es ist das Recht Allahs, dass die Menschen die Pilgerfahrt zum Hause verrichten. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Das ist Allahs Recht. Wenn uns irgendwo ein Strafzettel rein flattert oder wir noch eine Rechnung zu begleichen haben oder etwas zu klären haben, wir schreiben es uns auf. Wir gehen dem nach. Allah Ta'ala hat uns hier, liebe Geschwister, im übertragenen Sinn eine Quittung hinterlassen, die wir einzulösen haben. Viele werden durch diese Aya auch ermahnt. Konntest du die letzten Jahre die Pilgerfahrt machen und du hast sie nicht unternommen. Du warst fit, du warst gesund, du musstest deine kranke Mutter vielleicht nicht pflegen, du hast die Zeit dazu gehabt und Geld hast du ohne Ende gehabt für alles mögliche aus dieser Dunia und du hast die Pilgerfahrt nicht unternommen. Liebe Geschwister, für diese Menschen ist diese Aya eine Mahnung. Eine Mahnung, liebe Geschwister. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Mahnung. Aber insgesamt, selbst die Mahnung Allah Ta'ala, ist immer noch eine Einladung. Eine barmherzige. Subhanallah, wir dürfen die Pilgerfahrt unternehmen. Zu dem Haus, was er mit seinem Namen verbindet. Ja, Beytullah, Subhanallah. Er gab diesem Haus die Ehre, dieses Haus mit seinem Namen zu verbinden. Haben wir diesen Durst? Und die Menschen reden vom Mekka und dann irgendetwas. Mekka der Skateboarder, Mekka der Basketballer, Mekka der Biologen, Mekka der und so weiter. Sie kennen den Wert Mekkas, weil Mekka ist die Messlatte geworden. Sprachlich. Sie kennen den Wert Mekkas und wir kennen den Wert Mekkas nicht. Wir, wir reden von, ah, ich will mal New York sehen. Ja, und ja, ich will mal diese und nach Paris und ja, und Stadt der Liebe und nein, Wallahi, die Stadt der Liebe ist Mekka, wenn sie nicht Medina ist. Subhanallah. Das ist die Stadt der Liebe. Und die Stadt des Glücks ist nicht Las Vegas, liebe Geschwister. Das ist die Stadt des Unglücks. Die Stadt des Unglücks. Weiträumig umgehen, liebe Geschwister. Ja? Wenn ihr drüber fliegen solltet, sucht lieber die Route, die nicht drüber fliegt. Weiträumig umgehen. Die Stadt der Liebe, die Stadt des Glücks ist Mekka. Wallahi, ich habe die Pilgerfahrt unternommen, damals als 20-Jähriger. Ich habe von vielem gar keine Ahnung gehabt. Und man sagt manchmal, ja, man muss erst Ahnung haben, man muss erst weiße Haare haben und es ist alles falsch. Weil ich so viel davon profitiert habe, ich muss darauf schwören und mich dann so ein bisschen selbst tadeln. Ja, warum habe ich selbst nicht mehr Informationen gesammelt und mehr über die Pilgerfahrt im Vorhinein in Erfahrung gebracht? Aber selbst wenn man das nicht tut, man wird unglaublich davon profitieren. Und das ist erst das, was ich spüre und weiß, bezeugen muss innerlich. Und ich weiß gar nicht, welche anderen Segnungen Allah-Talami hat zuteil werden lassen durch diese Pilgerfahrt, weil mein Herz sie vielleicht nicht erfassen kann, aufgrund dessen, dass es nicht so rein ist, noch nicht diese reine Durchsicht hat. Das kennen wir von der Brille. Manchmal muss man die Brille reinigen, bevor man etwas richtig sehen kann. Aber selbst mein Herz, wo viel drauf ist, sagt mir, Subhanallah, das ist unglaublich, unbeschreiblich, kaum in Worte zu fassen. Ja, und wir werden Sünden danach. Weil der Prophet hat gesagt, dass die Menschen Sünden werden begehen und dass die Besten derjenigen, die Sünden begehen, diejenigen sind, die bereuen. Deswegen sollte man auch nicht sagen, ja, wenn ich dann zurückkomme, werde ich nicht mehr sündigen dürfen. Du darfst jetzt schon nicht mehr sündigen. Diese Unlogiken des Scheitans, die sich manchmal in uns breit gemacht haben, alles Müll, liebe Geschwister. Wallahi, Müll. Noch nicht mal die Müllhalde würde sich freuen, solche Gedanken verstaut zu sehen bei sich. Sogar die Müllhalde würde Allah Ta'ala darum bitten, dass diese Gedanken irgendwo untergebracht werden, nur nicht bei ihr. Oh Allah, schaffe einen Ort, der würdig ist, diese Gedanken zu haben, diese Ansichten zu haben über den Diener. Ich glaube, Allah Ta'ala hat keinen Ort geschaffen, weil es ist Bid'a. Das ist ein falsches Verständnis der Religion, was in diesem Universum keinen Platz hat, liebe Geschwister. Das komplette Universum, das, was wir kennen, und das, was wir nicht kennen. Wir gehen zur Pilgerfahrt, wenn wir die Möglichkeit danach haben, dazu haben. Und wir werden belohnt werden und wir werden gesegnet werden. Alhamdulillah. Übrigens, wenn ihr die Pilgerfahrt macht, sorgt auch dafür, dass ihr die Umrah auch noch macht. Es gibt eine, ja, Al-Ifrat, die Möglichkeit, die Pilgerfahrt zu machen, ohne Umrah zu machen. Aber Allah Ta'ala sagt auch im Koran, und vollziehe, die Hajj und die Umrah für Allah Ta'ala. Und Imam al-Shafi'i und Imam Ahmad waren der Meinung, dass die Umrah an und für sich eine eigenständige Pflicht darstellt und keine freiwillige Pilgerfahrt, dass ihr das auch mit berücksichtigt. Das heißt, wir sparen oder wir halten unsere Sparnisse erstmal für diese Pilgerfahrt fest und dann sparen wir weiter und wir nehmen vielleicht doch einen kleinen Job an, der halal ist, nicht der haram ist und fügen ihm etwas hinzu. Ja, dann trainieren wir, dass wir wirklich fit sind, äußerlich und gesund, weil es gibt Menschen, die sind fit, aber die haben alle ein paar Tage eine Erkältung, überfordern sich ein Fitnessstudio. Nein, fit äußerlich im gesundheitlichen Sinne und auch, dass man einige Dinge ertragen kann, weil Allah Ta'ala prüft einen auch dort mit Menschen, die kein Benehmen gelernt haben, dass wir viel ertragen können, geistig, seelisch und körperlich und dann können wir auch die günstigeren Pilgerfahrten nehmen, ohne 5 Sterne, 4 Sterne, 3 Sterne Hotel und mit vielen Leuten unter einem Zelt schlafen. dann wird es sehr, sehr um ein Vielfaches günstiger. Und dann, liebe jungen Geschwister, wie oft haben wir unsere Eltern erpresst und geweint und geflennt und immer wieder Playstation, Nintendo, Xbox, und irgendwann wollen die Eltern ihre Ruhe haben. Ich kann nicht mehr, gib ihm dieses Ding. Wenn ihr das machen müsst, um zur Pilgerfahrt zu gehen, ich sage euch dazu nicht nein. Ein bisschen, ein bisschen, ja, geht in Verhandlungen, ja, ich kümmere mich um mein Zimmer und ich werde Staubsaugen und ich, ja, meine Noten werden sowieso nun besser werden, weil ich auch den Sinn des Lebens verstanden habe und die Gaben Allah Ta'ala nicht zurückweisen werde, mich hier entwickeln zu dürfen, um später einen besseren Job zu haben, um später religiöser, unabhängiger leben zu können und auch verantwortungstragender leben zu können, ja, so ein bisschen so die Eltern liebevoll erpressen, Haid an Inschallah. Ist okay. Kriegen ja auch Belohnung dafür. Und dann seid ihr Inschallah vielleicht nächstes Jahr schon dort. Und so wie wir heute über die Pilger reden, werdet ihr dann diejenigen sein, über die wir nochmal reden, Inschallah, in der nächsten, äh, zu der nächsten Gelegenheit. Sparen, arbeiten, sich fit und gesund machen, ja, Dinge ertragen können, menschliche, katastrophales menschliches Verhalten ertragen können. Ja, und dann ist man schon dort. Die Eltern auch mit einbeziehen in, äh, das Sponsoring, ja, die Finanzierung dessen. Ja, mit, mit Mitteln, die, ja, meinetwegen noch makru sind, aber nicht haram natürlich. Ja, jetzt nicht erpressen im, ja, im kriminellen Sinne. Das ist, sowas wollen wir nicht. Damit wir diese Sehnsucht, liebe Geschwister, werden erfüllen dürfen. Allah Ta'ala in Suratul A'arraf, der siebten, der Abfolge nach, relativ am Ende, der Sura, er beschreibt etwas. Lasst uns gut und aufmerksam zuhören. Die ersten Worte, und Allah Ta'ala weiß es am besten, die wir vernommen haben als Lebewesen, bevor wir dieses Licht der Welt erblickt haben, waren, Alastubi Rabbikum. Bin ich nicht euer Herr? Das sind die Worte, die wir vernommen haben, zu den ersten Worten, falls es nicht die ersten sein sollten, zu den ersten Worten, die wir jemals gehört haben, liebe Geschwister, Alastubi Rabbikum. Allah Ta'ala fragt uns, rhetorisch, eindringlich, ermahnend, bin ich nicht euer Herr? Und wollt ihr wissen, was unsere ersten Worte waren, beziehungsweise, was zu den ersten Worten zählt, was wir Allah Ta'ala geantwortet haben, bevor wir diesen Körper haben, den wir nun in diesem irdischen Leben als Gabe, aber auch als Verantwortung bekommen haben? Und wir bezeugen es. Und wir bezeugen es. Allah Ta'ala spricht sinngemäß und als Allah Ta'ala aus den Kindern Adams, aus ihren Rücken, ihre Nachkommenschaft herausbrachte und sie bezeugen ließ, ja, gegen sich selbst oder auf sich selbst bin ich nicht euer Herr? Und sie sagten, doch, und wir bezeugen es. Damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren ja diesem gegenüber achtlos oder ihr sagt, unsere Väter haben vorher Mitgötter gegeben und wir waren die Nachkommenschaft nach ihnen. Also vernichtest du uns wegen dem, was die Taugenichts getan haben? Liebe Geschwister, wir haben keine Ausreden. Wir haben bereits unseren Vertrag mit Allah Ta'ala geschlossen. Und morgen ist der Tag, an dem dies stattgefunden hat, Jahre später, eine Riesenzeit lange, eine Riesenzeitspanne später. Dieses Ereignis hat am Tag Arafas stattgefunden. dieses Ereignis, dieser Vertragsschluss, ja, den Vertrag, den wir eingegangen sind, ist, ja, hat stattgefunden am Tag Arafas. Und morgen sollen wir daran denken, geehrte Geschwister, wie, wie gehen wir mit dem Vertrag Allah Ta'ala's um? Es fängt morgen, es fängt am Abend bereits an, weil bekanntlich fängt der Tag mit dem Abend im Islam an. Ja, mit dem Maghrib-Gebet fängt das neue Kalenderdatum an. Und es fängt damit an, wenn wir schlafen gehen. Hast du deinen Wecker gestellt? Damit fängt dein Tag an. Hast du deinen Wecker gestellt für das Vöscher-Gebet? Und wenn du zwei Wecker brauchst, einen, um wach zu werden und einen, um tatsächlich aufzustehen, den du irgendwo in der Ecke des Zimmers anbringst, ja, äh, um ihn dann laufend zu erreichen und dann danach zum Waschbecken zu gehen, manche müssen zwei Wecker stellen. Und dann haben wir um dann gesegnet in den, äh, in den Starttag, in den Tag starten zu können durch das verrichtete Fajr-Gebet. Lasst uns morgen drüber nachdenken, über den Tag des Vertragsschlusses. Wie halten wir diesen Vertrag mit Allah Ta'ala? Falls wir nicht zu denjenigen zählen sollten, die fünfmal am Tag beten. Unbedingt fünfmal am Tag beten, geehrte Geschwister. Und auch wenn der Scheitan einige Siege davon trägt, wir holen diese Gebete nach, die wir vergessen haben aufgrund unserer Achtlosigkeit. Oder aufgrund dessen, dass wir den Wecker nicht richtig oder gar nicht gestellt haben. Wir holen das nach. Und wir bewegen uns nach vorne um den Vertrag Prioritäten nach. Wir werden nicht alles von heute auf morgen schaffen. Wir sollten uns Mühe geben, aber zunächst sollten Prioritäten sichergestellt werden. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Das ist der Einzige, Liebe Geschwister, morgen ist ein Tag der Annäherung. Allah Ta'ala kommt uns näher, wie der Prophet sagte, in einem Hadith, den Imam Muslim überlieferte. Und er rühmt sich mit den Pilgern vor den Engeln. Also er ehrt die Pilger. Er rühmt sich vor den Engeln in Bezug auf die Pilger. Und er fragt, Und er weiß es. Was wollen sie, um zu zeigen, dass er bereit ist, ihnen zu geben, liebe Geschwister? Die Diener Allahs, die sich Allah Ta'ala annähern, Allah Ta'ala nähert sich ihnen. Wir kommen ihm entgegen und er kommt uns um ein Vielfaches entgegen. Wie wir aus den Sahih-Hadithen kennen. Sahih-Bukhari sind Sahih-Muslims. Und die verstehen wir natürlich, ohne in irgendeiner Form Allah Ta'ala zu vergleichen. Kein Gelehrter hat dies jemals getan, Allah Ta'ala irgendwie in irgendeiner Form mit seiner Schöpfung zu vergleichen. Wir spüren aber, was damit gemeint ist. Diese innige, innigere Beziehung zu Allah Ta'ala. Morgen ist eine große Gelegenheit. Und versteht diesen Hadith nicht ausschließlich. Denn der Prophet sagte, Das ist ein Hassan-Hadith. Imam At-Tirmidhi und Imam Malik in einem anderen Wortlaut haben diesen Hadith verzeichnet. Das beste Bittgebet ist das Bittgebet am Tage Arafas. Das beste Bittgebet. Das heißt, wir sollen, liebe Geschwister, Listen, Excel, Word-Listen anfertigen für den morgigen Tag. Damit wir ja nichts vergessen. Ja nichts vergessen. Um unsere morgigen Bittgebete vorzutragen. Die besten Bittgebete, die man sprechen kann, sind die Bittgebete von dem Tag Arafas. Ibn Abbas übrigens, er ist an diesem Tag, falls er kein Pläger war, weil dies bezieht sich auch auf Nicht-Pilger, diese Einladung des Propheten Muhammad. Erst Ibn Abbas, also der große, ehrenwerte, eminente Prophetengefährte, als er die Pilgerfahrt nicht unternommen hat, er war in Basra beispielsweise gewesen, ist er in die Moschee gegangen, um dort auch ein Bittgebet vorzutragen. Und Imam Ahmad verbietet diese Praxis nicht. Er hat das selbst nicht gemacht, weil er das so nicht direkt im Koran oder in der Sunna vorgefunden hat, aber er hat das nicht für falsch erklärt. Und um dies richtig zu verstehen, die Diskussion, könnt ihr euch vorstellen, ein normaler Tag, wo die Sahabis nicht in die Moschee gegangen sind, sind sowieso in die Moschee gegangen, fünfmal am Tag sind sie in die Moschee gegangen, vielleicht öfters in die Moschee gegangen, in der Regel. Und Moscheen waren überall in der Stadt verteilt, neben der großen zentralen Moschee. Also ausgerechnet an diesem Tag nicht in die Moschee zu gehen, wäre seltsam, um es so zu formulieren. Ob man jetzt mit einer besonderen Absicht hingeht, in der Moschee ein besonderes Bittgebet zu sprechen, das ist wie gesagt, darüber kann man reden, ob man das machen soll oder nicht, aber es ist nicht falsch, es ist auf gar keinen Fall falsch. Viele Moscheen machen auch besondere Veranstaltungen morgen, bieten ein Fastenbrechen an, weil wir morgen fasten werden, Alhamdulillah. Morgen haben wir auch ab 19 Uhr einen Jugendtreff, auch die Schwestern sind dazu eingeladen, wir werden mit dem Mikro, inshallah, ab 19 Uhr einen Vortrag halten. Und jeder kann für sich seine Bittgebete machen, vielleicht machen wir ein Gemeinschaftsgebet, vielleicht aber auch nicht, so ein gemeinschaftliches Bittgebet. Das ist jetzt nicht besonders überliefert worden, das muss man nicht machen, und wenn man das macht, ist es nicht falsch, aber man soll es nicht spezifizieren, mit dieser Absicht, um wie gesagt, die Religion so weiterzutragen, wie sie uns auch weiter übermittelt worden ist. Und die Religion, subhanallah, besteht immer aus diesen beiden Elementen, Allah ta'ala näher zu kommen, aber auch etwas für die Schöpfung zu tun. Wenn wir Allah ta'ala also morgen nun bitten, berücksichtigen wir die Worte, die er uns mitteilte im ehrenwerten Koran. Und Allahs sind die schönsten Namen, so bittet ihn durch diese Namen, dass wir Allahs Namen aufzählen, während wir ihn bitten. Wenn wir sie nicht kennen sollten, googeln wir das. Oder kaufen wir uns am besten noch ein Buch, was vielleicht sogar schon morgen uns geliefert wird, wenn wir es jetzt noch bestellen. Seht ihr, welche Möglichkeiten wir haben, subhanallah. Damals sind die Gelehrten monatelang gereist, unterwegs vielleicht sogar gestorben, für eine Handvoll von Hadithen, liebe Geschwister. Und wir sind Klicks davon entfernt, subhanallah, Klicks davon entfernt. Und sie memorierten sie, um sie nicht verloren gehen zu lassen. Und wir ehren noch nicht mal unsere Bücherregale damit, dass wir Hadith-Sammlungen hineinstellen. Lauter DVDs und Computerspiele und was weiß ich was. Schenken wir unseren Bücherregalen die Ehre, Worte vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasalam, lediglich physisch tragen zu müssen. Weil für uns ist es eine moralische Obligation. Moralisches Gewicht liegt auf unseren Schultern, in unseren Herzen, liebe Geschwister. Und wir vergessen auch gleichzeitig nicht, dass wir Gutes für unsere Geschwister wünschen. Der Imam Muslim verifizierte, sagte der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasalam, dass wenn jemand für seinen Bruder, für seine Schwester bittet, in der Religion, dann sagen die Engel dazu, amin, walaka bimithl. Amin und dir Gleiches. Für dich Ähnliches. Das heißt, wir kommen Allah Ta'ala näher, aber wir vergessen auch unsere Geschwister nicht. Die Erte Geschwister. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasalam, in Bezug auf das Fasten Arafas, er sagte, yukaffiru as sanata al maudia wal baqia, dass das Fasten, am morgigen Tag, am Tag Arafas, vergibt die Sünden des vorangegangenen Jahres, des vergangenen Jahres, sowie des Jahres, welches noch kommt. Und Allah Ta'ala schwor auf den morgigen Tag. Und ich hoffe, ihr kriegt noch zusammen. Ich hoffe, ich kriege es noch zusammen. Warum? Der Tag des Vertragsschlusses, der Tag der Hajj, der Tag der Vervollkommnung des Diensts, Subhanallah, auf den Allah Ta'ala, wie gesagt, zweimal im Koran einen Schwur geleistet hat. Der Tag, an dem das Bittgebet am beliebtesten bei Allah Ta'ala ist. So viele Beinamen könnte dieser Tag haben und hat dieser Tag, geehrte Geschwister. Und nun ist es auch noch der Tag, der Sünden von zwei Jahren, einem vergangenen und einem kommenden ausgleicht. Wer von uns, liebe Geschwister, selbst derjenige, der Indisch gegessen hat und nicht daran gewöhnt ist am Vorabend, selbst derjenige wird wissen, morgen ist der Tag, der zu fasten ist. Alhamdulillah, geehrte Geschwister, nächste Woche fängt auch ein neues Schuljahr an und wir haben Alhamdulillah eine Lernhilfe hier. Nuh, eine Nachhilfe und eine Hausaufgabenhilfe, eine Lernhilfe, die von sehr begabten Geschwistern geführt wird. Und zu Preisen, die... Ich bin teilweise dagegen, dass es so günstig ist, weil ansonsten manche Menschen sagen, es hat keinen Wert. Sollte das Dreifache kosten, damit die sehen, dass dort geboten wird, was draußen teilweise nicht geboten wird. Ja, aber wir sind barmherzig und wir wollen zeigen, wir meinen es nicht, wir tun es nicht um des Geldes willen etc. Aber wer es nicht nutzt, subhanallah, diese hochqualitative Nachhilfe. Informiert euch bitte online dazu. Wie gesagt, morgen haben wir ab 19 Uhr Programm auch in dieser Moschee. Und in Bezug auf übermorgen, aufgrund der Alhamdulillah überfüllten Moschee, wir haben zwei Jait-Gebete. Eines um 7.30 Uhr und eines um 8.30 Uhr. Aber bitte nicht, dass ich hier um 7.30 Uhr mit fünf Leuten Jait bete und dann um 8.30 Uhr sind dann hier 400 Leute in der Moschee und 500 draußen. Das ist nicht der Sinn der Sache. Versucht bitte, das meiste vom morgigen Tag zu haben. Es ist auch Sunnah, das Jait-Gebet vom Opferfest früh zu beten. Das ist die Sunnah. Kommt der Sunnah nach, habt noch eine Stunde mehr vom Tag und bete das Gebet um 7.30 Uhr. Und diejenigen, die die Absicht hatten um 7.30 Uhr zu kommen und dann ist dieses und jenes passiert, die haben dann wie gesagt noch das Gebet um auszuweichen und diejenigen, die aus Schichtgründen oder aus anderen Gründen oder weil sie viele Kinder haben und das Fertigmachen dauert immer ein bisschen länger, mögen dann wie gesagt als Ausweichgebet das 8.30 Uhr Gebet nehmen. Das heißt, das eigentliche Gebet ist um 7.30 Uhr und das Ausweichgebet ist um 8.30 Uhr, geehrte Geschwister. Und wir haben für diejenigen, die noch kein Opfertier gegeben haben und das Opfertier ohne jetzt in die Fakr-Diskussion zu gehen, es gehört dazu. Du hast kein Opfertier gegeben, draußen steht ein Bruder von einer gemeinnützigen Hilfsorganisation, ich glaube bei 65 Euro fängt es an, dass man das Opfertier geben kann, indem man wie gesagt das überträgt, die Verantwortung und gleichzeitig auch humanitäre Hilfe leistet für Geschwister, die ansonsten auch unberücksichtigt sind, weil sie weniger bedacht sind und weniger denkt man an sie. Ja, also man gibt eine Sadaqa und man erfüllt die Verpflichtung des Opfertiers, wie man das auch sehen kann, wie das Gelehrte unter anderem auch sehen. Draußen wie gesagt steht Bruder Ibrahim Gulab von Islamic Goliath, dem gemeinnützigen bekannten Verein und ihr könnt ab 65 Euro in Sachen Opfertier einsteigen. Ja Allah, ja Mujib, ja Rahman, Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad. Oh Allah, wir bitten dich um all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gebeten hat und wir suchen Zuflucht bei dir, vor allem auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Oh Allah, bitte vergebe uns unsere Sünden, die unsere Eltern und Geschwister insgesamt und rechtleite uns zum fünfmaligen Gebet, was wir sehnsuchtserfüllt tagtäglich fünfmal suchen, oh Allah, und ohne, dass wir uns unausgeglichen fühlen. Oh Allah, bitte erfülle die Bedürfnisse der Notleidenden, der dich Bittenden und lass uns ein Instrument deiner Bedürfniserfüllung sein. Allahumma salli wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. ? Oh Allah, so. Oh Allah, so. Amen.